hier gut hier du ja heute moin kam der typ hier hat an die tür geklopft hier aufstehe hier rauskomme komm an komm an hier hier du ich hab gedacht was ist jetzt los hier ich hab dir auch geguckt hier ich hab gedacht hier du stehst schon im wald hier du da steht er hier da rum hier du kloppte an die tür tritt die bald ein hier komm an komm an komm an hier hier und dann fängt er hier hat erzählt hier gibt es solche hier kein die und der ist nicht hier die flasche schnapps hat er gesagt hier so auf der volanze oder was hier aber hier ich habe rezept hier wie du schnapps brennen kannst da im dschungel hier da mache ich mir passiert und sonst hältst du das ja nicht aus und hier und dann hat er gesagt hier nichts wetter mitgenommen hier und ausziehe und hier macht er so hier und da hier ich hab gedacht hier ist der blöd oder was hier am frühen moin hier macht er so ein hack meck da hier und dann jetzt hier ein paar minuten sollen wir jetzt hier in den dschungel einziehen ach hier die haben da also helikopter geht schon wieder los hier scheiß licherei hoffentlich bleibt er immer bis sie hier ordentlich da das dann noch umkotziert und jeder und ja ich guck dann mal jede prüfung da und sie ja gucken hier kennt wer wie was macht und ach jeder und so kommen halt immer gerne also viel spaß hier war im dschungel camp und auch hier das weg gefällt fast wieder haben hier soll sie mein helikopter wieder hier stelle oder u-boot jeder fahrschule haben hier und den scheiß allein machen hier so ihr macht's gut hier du bist dann hier viel spaß hier hier ich bin fix und fertig jetzt schon hier ich hab mir gar nichts gemacht hier so ist es doch auch bin ich also blöd geht an eidu